Erich Marx war ein deutscher Historiker. Leben und Leistungen. Der Sohn des evangelischen Architekten Albrecht Marx studierte nach dem Besuch des Magdeburger Pädagogiums zum Kloster unserer Lieben Frauen ab 1879. Alte Geschichte zunächst in Straßburg. Später in Bonn und Berlin, unter anderem bei liberalen Lehrern wie Heinrich Nissen und Theodor Mommsen. 1884 promovierte Marx bei Nissen über römische Geschichte. Unter dem Einfluss Hermann Baumgartens und Heinrich von Treitschke orientierte er sich zur neueren und neuesten Geschichte und habilitierte sich. 1887 bei letztgenanntem über Kaspar von Kulainé und die Ermordung Franz von Guses. Ergänzt durch seine bis dahin vorgelegten Aufsätze, erstmals wurde Marx 1892 in Freiburg zum ordentlichen Professor berufen. Weitere Stationen seiner wissenschaftlichen Karriere waren Leipzig, Heidelberg, Hamburg, München sowie die USA. Wo er 1912 als Gastprofessor tätig war, wurde er nach Berlin berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1928 lehrte. Marx war von 1913 bis 1922 ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, zuvor und danach korrespondierendes Mitglied. Und dazu ab 1923 Präsident der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ab 1922 war er ordentliches Mitglied der Preußischen, außerdem aus seiner Leipziger Zeit Mitglied der Sächsischen Wissenschaftsakademie. Ab 1910 war Marx Mitherausgeber der historischen Zeitschrift neben seinem Freund Friedrich Meinecke. Mit dem zusammen er 1922 auch zum Historiografen des preußischen Staates ernannt wurde. Marx war zwar als Neurankeraner erklärter Anhänger der objektivierten Geschichtsschreibung Leopold von Rankes, entwickelte sich jedoch unter dem Einfluss Treitschkett zu einem der führenden Vertreter einer nationalistisch-politisierten Geschichtswissenschaft. Sein davon geprägtes Hauptwerk war eine seinerzeit sehr einflussreiche zweibändige Biografie Otto von Bismarcks, die den ersten Reichskanzler als Fäunder der deutschen Geschichte feierte und mit der sich Marx als Verkünder des autoritären Machtstaates zeigte. Das Dritte Reich betrachtete Marx als zeitgemäße Wiedererrichtung des Bismarckreiches. Und so wurde er 1935 Ehrenmitglied von Walter Franks Nationalsozialistischem Reichsinstitut für Geschichte des Neuen Deutschlands. Zudem wurde er 1936 mit dem Adlerschild des Deutschen Reiches geehrt. Der in der Weimarer Republik gestifteten höchsten zivilen Auszeichnung des Deutschen Reiches. Aus Marxsee mit Friederike von Serlin gingen die drei Söhne Albert Erich und Otto hervor, von denen der älteste Albert. 1914 fiel und Erich 1944 als General der Artillerie der Wehrmacht bei einem Tiefliegerangriff getötet wurde. Die Tochter Gertrud heiratete Marx, Schüler Willi Andréens. Verwandt war Erich Marx zudem mit dem Bildhauer und Grafiker Gerhard Marx, seinem Vetter. Seine letzte Ruhe fand Marx auf dem Berliner Friedhof Herrstraße im Feld 8b-35-36. Schriften Die Überlieferung des Bundesgenossenkrieges 91-89 v. Chr. Elbert Marburg 1884 O. C. L. C. 251.518.310 Das Part von Kulaini Sein Leben und das Frankreich seiner Zeit Stuttgart 1892 Kaiser Wilhelm I. Leipzig 1897 9. Aufl 1943 Königin Elisabeth von England und ihre Zeit Bielefeld 1897 Die Zusammenkunft von Bayonne Das französische Staatsleben und Spanien in den Jahren 1563 bis 1567 Straßburg 1898 Bismarck Eine Biografie Erster Band Bismarcks Jugend 1815 bis 1848 Stuttgart 1909 Männer und Zeiten Aufsätze und Reden zur neueren Geschichte 2 BDE Leipzig 1911 Siebte Aufl 1941 Otto von Bismarck Ein Lebensbild Stuttgart 1915 1828 Aufl 1935 Geschichte und Gegenwart 5 historisch-politische Reden Stuttgart 1925 Das Zeitalter der religiösen Umwälzung Reformation und Gegenreformation 1550 bis 1660 Berlin 1930 Der Aufstieg des Reiches Deutsche Geschichte von 1807 minus 1871 1878 Stil 2 BDE BD 1 Die Vorstufen BD 2 Bismarck Stuttgart 1936 Bismarck und die Deutsche Revolution 1848 bis 1851 Aus dem Nachlass Hrsg und Eingl von Willi Andréens Stuttgart 1939 Englands Machtpolitik Vorträge und Studien Neu-Hrsg und Eingl von Willi Andréens Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1940 Rommel Tuttgart 40 Tuttgart 40 Bd 5